Ich habe ja auch mal ab und an mal das Gym besucht. Vielleicht hat man das mal irgendwo mal so rechts links gesehen. Chat, was soll die Scheiße? Wieso habt ihr gesagt, wir sollen darauf reakten? Das ist ja das Allerschlimmste. Der ist ja sozial genauso inkompetent wie ich. Der kriegt es ja gar nicht hin, mit anderen Leuten zu kommunizieren. In so einem Szenario haben wir ab und ab und ab noch nie gesehen. Machen wir auf jeden Fall Flex, ne? Auf jeden Fall, wir talken nochmal und es geht weiter. Sehr cool. Bruder. Jetzt hört das nicht auf. Das muss doch Verarsche sein. So ein Handshake ist krass. Und dein Bruder, das ist vorbei. Sie hasst ihn. Sie möchte nur die Bildfläche kriegen. Sie hasst ihn. Hundertprozentig.